Bildungshäppchen auf dem Tablet serviert will Fachkräfte dabei unterstützen, sich in diesem großen digitalen Angebot zu orientieren. Also wir wollen recherchieren, helfen, weil wir immer wieder selber feststellen, dass die Erzieherin davor steht und denkt, ja, was mache ich denn jetzt, welche App nehme ich denn jetzt, was ist denn gut und dann gibt es ganz viele Portale und wir wollen ein bisschen sortieren helfen, wollen eine Auswahl treffen und sagen, das ist erstmal ein guter Grundstock, mit dem ihr kreativ arbeiten könnt. Und wenn wir das zusammengestellt haben, dann wir kommen und servieren euch quasi auf dem Tablet, womit es so schön einfach geht, Ideen und Möglichkeiten, wie ihr das aufgreifen könnt, was die Kinder gerne machen und womit man echt total kreativ und auch bildungsförderlich arbeiten kann. Das ist unsere Idee. Dass es losgeht, dass die Erzieherinnen das machen, dass sie die Chance erkennen, die in der frühen Bildungsarbeit mit Medien steckt, weil es immer noch so ein Tabuthema ist. Es ist so, naja, schon wichtig, aber das sollen die mal später in der Schule machen und das ist so ein bisschen so, als würde man sagen, Verkehrserziehung, naja, das können wir auch anfangen, wenn die 10 sind oder 12 sind. Nee, keiner zweifelt mehr, dass man heute schon ganz kleine Kinder, die gerade so laufen können, da sagt man nicht, ich trage dich mal eben über die Straße, musst du nicht gucken, sondern guck rechts und guck links. Auch wenn die noch gar nicht schnallen, was das eigentlich für sie wirklich bedeutet, macht man das mit den ganz Kleinen. Aber als das angefangen worden ist, hat man wahrscheinlich früher auch gesagt, muss das denn sein? Und deswegen wollen wir, dass Kinder lernen zu lernen, sie sollen lernen, damit klar zu kommen und sich kompetent darin zu bewegen. Und vor allem auch nicht mehr, dass wir sagen können, zu Hause benutzen sie die Medien genug, sondern wir können in der Einrichtung auch gehen und zeigen, wie man das anders auch benutzen kann. Zu Hause wird häufig nur konsumiert, aber in der Einrichtung können wir auch mit Medien kreativ arbeiten und was produzieren. Also wir beginnen jetzt als nächstes erst mal mit dem Recherchieren, Sichten, Aufarbeiten, Bereitstellen und im Januar geht es dann in die Kitas und da arbeiten wir dann eben kreativ mit den Erzieherinnen und Kindern zusammen. Und die fünf Kitas haben wir schon, haben Sie schon bei uns gemeldet? Ja. Ja.